Nein, ich meine, Tucholsky hätte ich auch. Wenn ich den bringen kann... Mach mal. Haben wir zwei Minuten Zeit? Drei. 1928 hat Kurt Tucholsky dieses kleine Gedicht geschrieben, das Ideal. Ach, herrlich. Na, das möchtest du, hm? Ja. Eine Villa im Grünen mit rosa Terrasse, vorne der Ostsee, hinten der Friedrichstraße. Mit schöner Aussicht, ländlich, mondän. Vons Badezimmer aus kannst du der Zuchtspitze sehen. Abends zum Kino hast du es nicht weit, das Ganze schlicht voller Bescheidenheit. Neun Zimmer. Ne, doch lieber zehn. Ein Dachjaden, wo der Eichen draufstehen. Radio, Zentralhalsung, Vakuum, eine Dienerschaft gut erzogen und stumm. Eine schöne Frau voller Rasse und Werbe, eine fürs Wochenende zur Reserve. Bibliothek und drumherum, Einsamkeit und Hummel gesungen. Im Stall zwei Ponys, vier Vollbluthengste, acht Autos, Motorrad. Alles längst du natürlich selbst, wir haben ja gelacht. Zwischendurch hieß du auf Hochwildjagd, hab ich ganz vergessen, prima Küche, erstes Essen, alte Weine aus dem schönen Bokal, und egal welch, bleibst du dünn wie ein Hall. Und Geld und Schmuck, eine richtige Portion und noch eine Million und noch eine Million. Reisen, fröhliche Lebensbundheit, famose Kinder, ewige Gesundheit. Tja, das möchtest du. Aber wie das so ist, immer scheinst du, als sei es beschieden, nur pöpö, das irdische Glück. Immer fehlt dir irgendein Stück. Hast du Geld, hast du nicht Käten, hast du der Frau, fehlende Monete. Hast du die Gesche, stört dich der Fächer. Mal fehlt es am Wein, mal fehlt es am Becher. Etwas ist immer. Tröste dich. Jedes Glück braucht einen kleinen Stich. Man möchte so viel haben, sein und gelten. Dass einer alles hat, Freunde, ist Gott sei Dank selten. Ach, wie schön. So, das war die Radios. Das war das denkbar schönste Ende für diese Sendung. Vielen, vielen Dank. Fetz Asmussen. Dankeschön.